Puh, jetzt hätte ich mir eigentlich einen Burger verdient. Also, wie viele Tage hast du jetzt die Konsol angehabt am Stück? Drei oder vier Tage. Drei oder vier Tage. Fight not fight. Jungs, was soll ich tun? Ja, oh na, fight. Fight, man. No, Sam. Das ist ein schleimiger Fett. Ja, der Blob. Ich bin irgendwie sehr gut. Ich bin mit Destroyer. Oder? Destroyer? Das ist die Master. Das krieg ich irgendwie selbst. Warum? Der haut sich selbst. Jetzt hat der mich geheilt, komplett. Runde zwei. Jetzt habe ich noch zwei Runden, um es zu kühlen. Was war denn jetzt das Effektivste? Guck mal, wenn der sich selbst haut, dann stirbt der gar nicht. Der kühlt sich selbst. Der kühlt sich selbst. Jetzt muss ich mich schon an den Schlag gehen. Jetzt muss ich mich schon an den Schlag gehen. Ausgang. Pass auf. Fett. Survivors of the Escape. Oh, das ist jetzt nicht fett. Ich habe es geschafft. Und jetzt? Bam. Kann ich da rein? Drachen Ring. Jawohl. Jawohl. Uhuhu. Abgefahren. Das war der, das feuchten Händedruck kriegt man noch. Aber Moment. Und guck mal, den Irisring habe ich doch eben noch gefunden. Der kommt jetzt ins Museum und mir fehlen immer noch eins, zwei, drei. Oh, den Boss, guck mal, den Jelly habe ich auch. Ja, korrekt. Jetzt fehlen mir noch drei Irisdinge. Jetzt muss ich abschmeichern. Uhuhu. Abschmeichern kostet Geld. Und jetzt kannst du das Video. Ja, wahrscheinlich ist mir eine kleine Summe, die einem Honigsauce macht. Kann man überhaupt abschmeichern? Ich habe schon vergessen, meine Kirche. Ich war so lange im Ancient Dungeon, dass ich nicht mehr weiß, wo man abschmeichert in dem Spiel. Voll gezahlt. Jetzt guckt mal, von 49,19 auf 64. Aber irgendwie zählt der die Zeit, glaube ich, gar nicht. Nein, egal. Und jetzt? Ja, gespeichert. Ich habe es auch von der Karte abgespeichert. Oh, wiff, wiff, wiff.